So, jetzt schläft er wieder ein. Sehr gut. Gucken wir, ob wir irgendwann noch runterkommen. Oh Mann. Der tut mir leid. Warum tut der mir leid? Weil man genau gesehen hat, dass er ein Anfänger war. Er hat die Items nicht reingezogen, sondern aufgehoben. Das ist kacke. Das ist doch echt blöd. Da fühle ich mich jetzt irgendwie schlecht. Da kriege ich voll das Gewissen. Oder Mutti hat ihm nur ein Spiel erlaubt. Ja kleiner Timmy, nur ein Spiel. Okay Mama. Dann geht's los. Dann landet er down. Und er auch. Er auch. Er hat heute nur Zeit für ein Spiel. Oh ja, ich hab jetzt endlich nur eine Waffe gefunden. Juhu. Oh. Ich lauf schon seit 10 Minuten rum. Hab richtig viel Loot gefunden. Jetzt kann's losgehen. Und dann von hinten abgeknallt. Oh Mann. So fängt's an. Guck mal, da ist einer. Oh. Oh. 8, 0, 6. Also das ist schon mehr meine Elo, muss ich sagen. Alle verballern daneben. Oder ballern daneben. Hab ich Munition vergessen bei dem Typen? Oh. Muss ich gleich nochmal gucken gehen. Ah, der hat eine Vector. Sehr gut. Oh. 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 Holy shit. Okay. Beschreckt man sich ja gleich. Der wird bestimmt hinter dem Baum da sein, oder? Ist hier jetzt kein anderes Versteck für den Typen? Der müsste mich doch die ganze Zeit auch sehen. Oder nicht? Wenn er da am Baum dran ist. Ich guck mal, ob ich den irgendwie flanken kann. Oh. Oh. Da war er. Alles gut. Alles gut. Das war jetzt ein bisschen knapp, du. Ich steig mal ein. Wenn er noch Benzin hat, fahr ich mit dem Ding rum. Das ist viel cooler, als jetzt die ganze Zeit rumzulaufen. Ach, guck an. Perfekt. Da hat den einfach jemand stehen lassen. War gerade kurz vorm Sound erschrocken. Oh, hier. Blup. Da haben wir ihn. Das Problem bei den Leuten ist, auch wenn der jetzt mich gekillt hätte, dann wäre er trotzdem gestorben. Weil er einfach vorm Auto dann überrollt worden wäre. Jetzt überlegen sich die Leute nicht so richtig. Ich hab dann einfach mal reingeguckt und größtenteils gemerkt, die Leute haben einfach keine Webcam. Die haben keine Webcam. Und wie soll man sich dann von den anderen Streams vom Bild, sag ich mal, her unterscheiden? Das ist dann die Sache. Das ist mein Loot, Leute. Haltet mal schön Abstand. Abstand halten hier. Abstand halten. Ich hab gesagt, Abstand halten. Mein Drop. Verdunkel für deinen Loot. Für diese zwei... Für die zwei Energies. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Ich hab ja schon sauber. Genau das wollte ich haben. Hab ich mir schon immer gewünscht. Ich gucke gleich mal, ob der hier ein bisschen mehr Benzin hat in seinem Buggy. Ah, cool Dreierhelm. Na gut, wenigstens das noch. Munition hab ich ja genügend. Oh, Schally. Okay. Danke für den Schally. Irgendwo da hinten scheint, wo wäre ich hier zu sein. Oh, ich hab gerade mein Lieblings-Equipment zusammengestellt. Leute. M16, Schally und ähm... M16, Schally und ähm... Okay. Und äh... Adrenalin. Das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Oh shit, war das knapp. Ich dachte, ich kann mit meinem Auto sein Auto wegschubsen und ihn dann damit überfahren. Aber... Hat nicht geklappt irgendwie. So wie ich mir das vorgestellt hab. Das ist halt die Frage, wie man's macht. Ich hätt ja auch einen Achter. Okay. Wir haben schon jemanden gefunden. Den werden wir uns mal hinten ranhängen. Oh, der wird einen Unfall bauen. Oder? Nee, er schafft's noch. Oh, und der fährt gegen den Stein. Das war eine seltsame Entscheidung, Kollege. Ah, noch ein Dreierhelm. Naja. Keine Snipe dabei. Schade. Okay, hier oben muss anscheinend auch noch irgendwo was sein. Hat er es ausgewechselt? Ja. Immer sicher gehen, weil manchmal ist dann doch ein bisschen blöd. So, hier scheint irgendwo einer in der Kirche noch zu sein. Wollte aber erstmal gucken wegen dem Typen da unten an den Steinen. Ob der immer noch da dran hockt? Ja, der ist immer noch da. Dennis Snipe, nee, ne. Sonst hätte der bestimmt mit einer Sniper auf mich geschossen. Denk ich mal. So, Leute. Wir haben fast kein Benzin mehr. Ich muss mir mal den Dacia von da drüben holen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Der hat aber auch fast kein Benzin mehr, leider. Das ist so ein bisschen blöd. Das ist so ein Motorrad. Wupp, wupp. Hallo. Na? Wie geht's? Hast du einen Charlie für mich? Charlie hat er. Hat er eine Snipe für mich? Nö. Gut, wir haben schon mal den Suppressor für die Sniper, Leute. Müssen jetzt nur noch ein bisschen was sammeln. Okay. Neue Zone dann gleich. Hey. Ah, ich sehe einen. Ich sehe einen. Habe ich meinen Achter nach oben? Okay. Okay. Von wo schießt der Teufel hier? Ich sehe leider nicht, von wo der schießt. Keine Ahnung. Das ist mein Problem gerade. Irgendwo aus der Richtung. Aber, Kollege, zeig dich doch mal. Der muss irgendwie liegen, oder? Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen, oder? Warte mal. Oh, es war wieder nur ein Schatten, der rendert. Ne, okay. Oh, es war wieder nur ein Schatten, oder? Oh, es war wieder nur ein Schatten, oder? Oh, es war wieder nur ein Schatten. 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 Oh, es war wieder ein Schatten. Mit dem anderen Typen schießt der immer noch auf mich? Ne, 19 Sekunden haben wir ja noch. Der wird sich jetzt erstmal heilen, der Kollege hier. Oh Mann! Das ist blöd. Vor allem mit dem, der jetzt auf dem Feld ist. Ich guck mal, ob der jetzt eher losrennt vielleicht, wenn wir Glück haben. In dem Stein, das kann sein, ja. Aber ich glaube eher nicht. Er ist ins Haus rein. Oh, ich bin außerhalb der Zone. Shit. Sag mal, ich wollte gerade sagen, gehst du mal drauf hier? Mein Freund. Freund und Helfer, du. Ich muss hier so offen gerade stehen. Das war nicht cool. Da in dem Haus ist auch noch einer. Ah, ich sehe glaube ich einen. Der ist schon tot. Wir müssen dann vor. Das ist das Problem jetzt gerade. Vollgeboostet bin ich schon. Okay. 17 Sekunden noch. Ich weiß leider nicht, von wo der andere Typ, der auf dem Feld ist, geschossen hat. Hier sind ja noch vier Leute. Also einer an dem Haus bei mir. Ah. Nimm das Auto als Deckung. Das ist schon raus. Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür uriniert. Ich glaube, die müssen alle auf der Seite sein, weil keiner hat auf mich geschossen, wo ich reingekommen bin. Also, ich weiß nicht, Ja! Ja, Mann! Zipte, Kitz! Oh, shit, Mann! Oh, my God! Oh, fuck. Oh, fuck. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.